Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fortnite. Heute kommen die Woche 10 Challenges aus Season 3 raus und damit sind das natürlich auch die letzten Challenges für diese Season. Allerdings gibt es natürlich auch wieder in den nächsten Season Challenges und dort werdet ihr euch natürlich auch weiterhin die ganzen Challenges Videos zu liefern. Also wenn ihr dazu nichts verpassen wollt, könnt ihr gerne hier ein Abo da lassen. Wird ja wahrscheinlich auch nicht lange dauern bis dann die nächste Season beginnt. Wahrscheinlich jetzt in einer Woche werden dann ja auch schon direkt die nächsten Challenges rauskommen. Direkt mit dem nächsten Season Start versuche ich auf jeden Fall ein Video zu machen. Könnte allerdings gerade bei der nächsten Woche schwierig werden. Allerdings spätestens ab Woche 2 sollte es wieder wöchentlich Challenge Videos geben. Und ich werde euch wie gesagt heute in diesem Video die ganzen Challenge Lösungen zu den Woche 10 Challenges zeigen. Wenn euch dieses Video natürlich gefällt, könnt ihr auch gerne hier eine Bewertung da lassen. Und ich bin wahrscheinlich gleich auch live auf Twitch. Dort könnt ihr auch gerne vorbeischauen. Link dazu ist natürlich wie immer in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, wir beginnen direkt mit der ersten Challenge. Und zwar muss man als erstes 3 Kills in Miss Team Edos machen. Das befindet sich hier ganz im Süden der Karte. Dort unter Lazy Lake. Dann wenn man damit fertig ist, kann man weiter nach Weeping Woods gehen. Und muss dort diese Glühwürmchen sammeln. Die befinden sich eben halt nur in normalen Modis. Also kann man die immer nicht in Arena sammeln, sondern man muss wie gesagt Solo-Duo-Squad oder Gruppenkeile spielen. Ich glaube dort gibt es die auch. Und dann muss man einfach in der Nacht da sein. Das heißt, wenn ihr die Sonne seht, dann könnt ihr die auch nicht einsammeln. Ansonsten müssten die hier aber überall verteilt sein. Geht ein bisschen durch und dann sollte man das auch relativ schnell finden können. Wenn ihr dann damit fertig seid, geht es wieder Richtung ein bisschen Meadows zurück. Und zwar müssen wir dann dort zu dieser Abriss-Ski-Bar und dort müssen wir eben halt 10 Sekunden lang tanzen. Sollte auch keine als schwierige Challenge sein. Könnte sein, dass es am Anfang etwas überfüllt ist. Sonst wartet ihr einfach ein bisschen in der Runde und geht dann erst später hier drauf. Aber dann müsst ihr eben halt hier wirklich auf dieser Tanzbar nur einmal ganz kurz tanzen. Insgesamt 10 Sekunden. Dann habt ihr auch schon die Challenge fertig. Dann geht es als nächstes weiter in den Norden. Und zwar geht es dann als nächstes nach Dirty Dogs. Dort muss man nämlich solche Container zerstören. Davon gibt es ja auch genug in Dirty Dogs. Die stehen ja wirklich quer verteilt durch die ganze City. Und dort sollte man auch relativ schnell welche zerstören können. Davon muss man insgesamt 7 zerstören. Dafür geht es natürlich am leichtesten in dem Bereich hier von Dirty Dogs. In dem, wo hier natürlich auch die ganzen Container stehen. Allerdings muss man ansonsten eben halt nichts weiteres machen. Dann geht es als nächstes einmal weiter mit der Challenge, der Gruppenhilfen-Challenge. Da geht es ja so, dass man die eben halt sowohl als Solo abschließen kann, als auch eben halt mit seinen Freunden. Wenn man Squad zum Beispiel stattfindet. Und da ist dieses Mal die Challenge, dass man Schaden zu Gegnern hinzufügen muss. Und das eben halt mit Shotguns oder mit SMGs. Das heißt, ihr könnt eure Pumpgun bzw. eure Charge-Shotgun, eure Tag benutzen. Ihr könnt eure ganz normale SMG benutzen. Und das geht alles um diese Challenge zu erledigen. Und da müsst ihr im ersten Step erstmal 500 Damage machen. Und dann im zweiten Step 15.000 Damage. Dafür bekommt ihr dann einmal für den ersten Step 35.000 und für den zweiten 80.000 XP. Wird allerdings relativ schwierig sein, gerade jetzt in dieser kurzen Zeit die zweite Challenge noch zu erledigen. Deshalb, wie gesagt, sucht euch Freunde und geht da ein bisschen in Squad-Runden drauf. Dann sollte das auch ganz gut möglich sein. Dann geht es als nächstes einmal weiter zu Authority. Und dort müssen wir Kisten durchsuchen. Insgesamt sieben Stück befinden sich hier relativ viele tatsächlich unten im Keller. Dort gibt es zum Beispiel hier eine Kiste. Zwei Taschen höher gibt es hier auch noch eine Kiste. Dann hier direkt neben ist beispielsweise auch noch eine weitere Kiste. Wichtig ist eben halt nur, dass dazu eben halt nicht diese Henchman-Kisten zählen. Sondern ihr braucht eben halt tatsächlich wirklich die ganz normalen Kisten, die es auch sonst in jeder Stadt gibt. Darauf muss man eben halt nur achten. Und dann braucht man insgesamt davon eben halt auch wieder sieben Kisten. Und als allerletzte Challenge muss man dann noch einmal nach Frenzy Farm gehen. Und dann muss man dort Munitionskisten durchsuchen. Insgesamt sieben Stöcke. Sollte auch nicht so schwierig sein. Gibt es hier auch viel verteilt. Gerade im Hauptgebäude müssten glaube ich schon insgesamt sieben sein. Und wenn man das dann alles hat, hat man tatsächlich für die Season alle Challenges abgeschlossen. Ich denke es werden auch keine weiteren mehr dazu kommen. Falls aber irgendwas noch kommen sollte, werde ich natürlich ein Video machen. Oder werde ich sehr wahrscheinlich so lange zeitlich passen, ein Video dazu machen. Und ich hoffe euch hat auf jeden Fall dieses Video gefallen. Wie gesagt, ich werde gleich auch live sein. Beziehungsweise innerhalb der nächsten Stunde wahrscheinlich so ungefähr. Ab 16, 17 Uhr. Und ich hoffe ihr schaltet dann gleich dort auch ein. Und dann bis zum nächsten Video oder bis zum Stream nachher. Ciao.